Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin gerade am Weißensee im Urlaub, das heißt in Kärnten. Und wie es der liebe Zufall haben will, heute ist Sportwagentreff Feuer am Asphalt am Weißensee. Es sind mehrere schöne Autos hier, unter anderem ein Audi R8, ein Lamborghini, Shelby GT500 und ein McLaren. Und ja, werden wir mal das Ganze anschauen. Ich nehme euch natürlich wieder mal mit und werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich melde mich dann später wieder bei euch. Ich bin gerade 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 bei euch. Untertitelung des ZDF, 2020